Bevor ich mich da drauf setze, zum Dorfkern, ich setze mich erstmal drauf. Mal schauen, was passiert. Toro! Hey, Toro hab ich gesagt. Wenn überhaupt hat ihn das nur noch mehr gelangweilt. Kann ich nicht drauf sitzen? Okay. Ich möchte da gern drauf sitzen eigentlich. Schade. So, sonst noch irgendwas. Scheibe? Wünscht Scheibe. Die Scheibe ist völlig verdreckt. Dahinter hängt ein Schild. Vielleicht der Name des Fahrers. Puh, das könnte alles heißen. Na, was? Ach, wir haben die Socke jetzt natürlich auch nicht mehr. Ach komm, der Typ, Alter, dass alles fallen. Mann, na gut. Wir gehen mal weiter. Wow. Was ist denn hier los? Ah, sieht auch nicht grad besser aus. So einen Andrang am Rathaus hat es nicht mehr gegeben seit, seit, seit der Bürgermeister eine Steuer auf mangelndes politisches Engagement erheben wollte. Na gut. Wir sind hier also immer noch, ich glaub hier geht's in die Gasse. Okay. Wir sind eigentlich, glaub ich, nicht weit weg von Rufus zu Hause, habe ich so das Gefühl. Oh, guck mal da unten, hier. Zu Tonys, oh, zu Tonys Laden. Oh nein. Oh nein. Zum Wassertank. Alter, hier gibt's so viel. Hier gibt's so viel, hier gibt's so viel. Ich weiß gar nicht, ob ich als erstes da hin soll, oder zum Wassertank, oder das Hahn des Wassertanks. Na gut. Was soll es schaden? Okay, jetzt bin ich mal gespannt, was wir damit schon wieder anstellen. Na komm. Hm, lecker. Passiert da jetzt was? Nö, wohl nicht. Na gut. Wir gehen mal... Hallo? Ich würde gern... Was zum Dorfzentrum? Ah, okay. Ah, ich verstehe. Das zum Wassertank, das geht dann einfach hier hin. Okay, okay, okay. Hier unten? Ich glaube, wir kommen ja noch überall hin. Wir sollten mal beim Rathaus vorbeischauen. Ah, man kann skippen, okay. Hör mal der Reihe nach! Ziehen Sie sich eine Wartenummer und der Bürgermeister wird sich bald um Sie kümmern. Was ist denn hier los? Wurde das Glas mit den Erdnüssen aufgefüllt? Eine Frau ist aus dem Himmel gefallen. Es heißt, sie soll wunderschön sein. Der Bürgermeister soll nun entscheiden, wer sie bei sich aufnehmen soll. Tja, das dürfte ihm nicht so schwer fallen, nachdem er meine Geschichte gehört hat. Ich habe das Mädchen vor dem finsteren Fiskus gerettet. Ich trage die Verantwortung für sie. Na, der Versuch, Kumpel. Aber ich habe auch eine gute Geschichte vorbereitet. In meiner kommt sogar ein Drache vor. Also, stell dich hinten an und zieh dir eine Nummer, wie alle anderen auch. Ah, na super. So, er hier. Lotti. Ach komm. Freunde. Was soll denn das Mannsweib im Rassensinn des Wortes da drin? Diese schwarzen Bretter sind so praktisch. Früher musste ich die Magnete noch mühselig im Schrott suchen. So, dann nimmst du mal mit. So. Alles einfach mal klauen. Michek, Gonzo und Lobo. Vielleicht reden wir einfach mal mit denen. Ich weiß gar nicht, warum. Ich weiß gar nicht, warum die die aufhaben. Der Bürgermeister will was entscheiden? Der Bürgermeister will was entscheiden? Wer sie, hä, aufnimmt? Lotteg meint, das Mädchen soll der Dorfgemeinschaft, äh, eingegliedert werden. Und irgendwer wird sie gesund pflegen müssen. Ich hoffe, der Bürgermeister will mich. Sie könnte mir in den Schlammgruben helfen. Seit ich mir beim Rostschrubben die Fingerkuppen aufgeschlitzt habe, neige ich zu Nagelbettentzündungen. Du willst, dass sie für dich Rost schrubbt? Das ist empörend. Wieso? Wozu brauchst du das Mädchen denn? Rufus? Rufus. Was? Er ist weggetreten. Okay, was die sowohl mit dem Mädchen vorhaben, das ist natürlich toll. Wo ist das Mädchen jetzt? Nein, bitte, ich verschwinde. Wo ist das Mädchen jetzt? Sie liegt im Sitzungssaal. Dr. Gizmo ist bei ihr. Sie ist angeblich bewusstlos. Ich hoffe, ihr ist nichts Ernsthaftes zugestoßen. Ich auch. Mit gebrochenen Armen kann man keine Auspuffrore stapeln. Die haben ja echt tolle Sachen mit ihr vor. So, ja, wenn man vom Himmel fällt, ist man normal nicht immer sehr gut auf. Ähm, nette Hütte, warum immer? Wie komme ich zum Bürgermeister? Ganz einfach. Zieh dir eine Nummer und stell dich hinten an. Gut. Könnt ihr mich vorlassen, das wird sowieso nichts. Könnt ihr mich vorlassen? Ich hab's ein bisschen eilig und... Ach so. Na dann. Willst du meinen Stuhl haben? Sollen wir dir was zu trinken holen, während du wartest? Wir könnten dir auch einen Kuchen backen. Echt? Ich mag Kaktuskuchen. Aber keine Rosinen, bitte. Und, ähm... Ach so. Mist. Jetzt hab ich Hunger. Ja, ich glaub, das hat sowieso... So keine... Im Ernst, lasst mich vor! Hör mal, Rufus. Das war eben kurz witzig. Jetzt ist es halb nervtötend. Und halb traurig. Gut. Ich verschwinde. Dann ziehen wir doch mal bei Lottie. Oh Gott. Die Post öffnet wieder um U-Uhr. Um U-Uhr? Um welche Uhr denn? Hier fehlt doch was. Okay. Jedes Amt braucht eine gute Seele. Vielleicht sollte das mal jemand dem Bürgermeister sagen. Oh, da macht's jemand beliebt. Ich glaub, wenn die rausgreift aus ihrem Kabuff, dann ist Rufus aber auch ein Kopf kürzer. Hallo, Lottie! Du... Du auch noch? Herrje, was ist heute bloß für ein Tag? So, ähm, wo ist die Frau aus Elysium? Ich will zum Bürgermeister. Ich möchte meinen Wohnsitz abmelden. Ich möchte meinen Wohnsitz abmelden. Auch wenn das hier einige Leute freuen dürfte. Also mich. Heute ist es unmöglich! Der Bürgermeister ist zur Zeit sehr beschäftigt. Der Mann, beziehungsweise die Frau erinnert mich gerade an jemanden. Okay. Wo ist die Frau aus Elysium? Prinzessin! Prinzessin Wunderbar? Die liegt im Sitzungssaal. War ja klar, dass du auch ihretwegen hier bist. Es ist so typisch. Da fällt eine wunderschöne Frau vom Himmel und verletzt sich schwer. Schon? Und schon wollen hier alle helfen. Pff, Flittchen! Das ist super. Ich mag den relativ. Das ist echt klasse. So. Ich will zum Bürgermeister. Das wollen alle. Zieh dir eine Nummer. Zieh dir eine Nummer und warte, bis du aufgerufen wirst. Ja, ja. Wie funktioniert das mit den Wartenummern? Fragst du mich das wirklich? Bist du etwa auch auf den Kopf gefallen? Na ja, schon. Aber ich konnte mich lässig abrollen. Zu spät, wie es aussieht. Das da hinten ist ein Wartenummernautomaten. Da bekommst du eine Wartenummer. Du ziehst eine und dann wartest du. Bis sie aufgerufen wird. Die Nummer. Hui, nicht so schnell. Ich kann ja kaum mitschreiben. Alter, das ist mein Lieblingscharakter. Bisher alles. Oh, das ist echt geil. Kannst du mich nicht ausnahmsweise vorlassen? Jeder wird aufgerufen, wenn seine Nummer dran ist. Keine Ausnahmen. Nicht mal für mich? Für dich ganz besonders nicht. Okay. Aber in der Schlange bewegt sich ja gar nichts. Wer ist denn als nächstes dran? Die Nummer 62. Ich glaube, das war Wenzel. Wenzel hat sich auch beworben. Aber Wenzel ist nicht hier. Es geht der Reihe nach. Und der nächste ist Wenzel. Keine Ausnahmen. Gut, gut, gut. Bin ich jetzt endlich dran? Nein, die Nummer 62 ist nach wie vor dran. Wenzel. Genau. Wenzel. Warte. Bin ich jetzt endlich dran? Nein, die Nummer 62. Wenzel. Genau. Ich verschwinde. Lass dich nicht aufhalten. Okay, Automat. Ich hasse Schlangen. So, und die Wartennummer? Nummer 66. Fast schon meine Glückszahl. Ah, da hängen noch eine 6 dran. Ich hasse Schlangen. Okay. So, wen haben wir hier? Die können wir gar nicht zur Post stelle. Zum Büro des Bürgermeisters. Ja, wenn wir da vielleicht einfach rein können, wäre das gar nicht mal so schlecht. So, Moment. Post hier. Stopp! Das... Das Postamt ist bis auf weiteres geschlossen. Bis wann? Bis die Uhr am Öffnungsschild anzeigt, dass es geöffnet hat. Da ist aber keine Uhr. Gut beobachtet. Und jetzt? Weg von der Tür. Die ist so ein guter Türsteher. Das ist echt klasse. Oh, tun sie zum Saal. Zum Büro des Bürgermeisters. Hallo? Halt! Wo willst du hin? Ich werde mit Goal nach Elysium gehen. Dann bist du hier falsch. Durch die Tür geht es zum Bürgermeisterbüro. Und da geht es heute der Reihe nach. Also zieh eine Wartennummer oder verschwinde! Alter, wenn ich die gleich so anschreie, ne? Dann wählt aber ihr Kleidchen da unten. Aber, puh, man kann jetzt irgendwo ein Bug da aufsammeln. Die ist ganz schön mürrisch. Ich hoffe, wir sehen die mal richtig. Das könnte echt lustig werden. So, er rockt wieder ab. Das wird jetzt einfach reden können. Profus, musst du hier unbedingt rumschnüffeln? Hallo, Inspektor Gizmo. Das heißt, Dr. Gizmo, wie du weißt, erfülle ich alle drei Positionen der Notfallstation. Und im Augenblick bin ich Arzt. Und als Arzt habe ich ein Recht zu erfahren, was du hier bei meiner Patientin zu suchen hast. Sie ist eine Bekannte von mir. Ich wollte nach ihr sehen. Ihr Name ist Goal. Die Elysianerin ist also eine Bekannte von dir, hm? Sehr amüsant. Aber solange dein fehlender Sinn für die Realität nicht meine Arbeit behindert, nur zu. Sie nach deiner Bekannten. Aber mach es kurz. Na, das reicht jetzt aber. Wie, was? Genug Tagträume für heute. Meine Patientin braucht Ruhe. Das heißt, ich vermute einmal, dass sie Ruhe braucht. Um mir sicher zu sein, müsste sie wohl erst einmal aufwachen. Sie ist bewusstlos? Was fehlt ihr denn? Das Bewusstsein, offenbar. Für weitere Untersuchungen müsste sie wach sein. Aber keines von meinen Medikamenten sprengt an. Wie wär's mit einem richtig starken Kaffee? Ha! Der Kaffee, der das fertigbringt, müsste erst noch gebraut werden, mein Junge. Muss das nicht jeder Kaffee? Ja, schon. Aber... Sie brauchen nichts mehr zu sagen, Dr. Gizmo. Ich habe einen Plan. Tu der Welt einen Gefallen und verschone sie mit deinen Plänen, Rufus. Deine schrägen Ideen haben noch nie zu etwas Gutem geführt. Außer, dass mir der Bürgermeister einen größeren Schrank für Krankenakten genehmigt hat. Ja, warum wohl? Ach, Alter, das sieht ja... Also Gizmo, also nein, also nein, nein. Wie sieht denn der aus? Das ist ja schrecklich. Gizmo ist Arzt, Polizist und Feuerwehrmann in einem. An meinen besten Tagen wechselt er im Sekundentakt. Naja, ich will gar nicht wissen, was der schon alles eingestellt hat. Wie friedlich sie schläft. Da hilft nur extra starker Kaffee. So, den machen wir gleich, den Kaffee. Hey, Gohl! Hohoho, aufwachen! Sie schläft tief und fest. Ausgezeichnete Diagnose, Herr Doktor. Tja, ich kenne mich halt aus mit Schlaf. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir erstmal hier in den Saal. Und dann gucken wir mal hier unten bei dem Türknopf. Und Luftballons, okay. Warum auch immer. Was haben wir denn jetzt? Ah, die Warte nur. Und Magneten. Und Luftballons. Erinnert mich an letztes Silvester. Der Plan mit den Ballons war gut. Es war nur der falsche Tag. Ah, ah, Rufus. Nein. Ah, dieser Tollpatsch. Okay, hier können wir nichts machen. Dann gehen wir mal gucken, ob wir ja was brauchen können. So, hat die Lottie einen Kaffee? Hallo, Lottie! Du schon... Du schon wieder? Bin ich jetzt endlich dran? Nein, die Nummer 62 ist nach wie vor dran! Wenzel. Genau! Wenzel. Ich verschwinde. Lass dich! Ja, gut. Ähm. Wo kriegen wir denn jetzt Kaffee her? Wir brauchen echt unbedingt Kaffee. Mehr Liter am besten. Oder was gibt's sonst noch? Ich weiß gar nicht. Zu Tonys Laden. Ich geh jetzt mal hier unten gucken. Zu Tonys Hütte. Ach, da geht's zu Tonys Hütte. Da sind wir aber nicht weit gekommen. Glückwunsch. Okay, Notrufsäule. Wenn die Bürger von Kuwak um ihr Leben fürchten, können sie hier um Hilfe rufen. Hm. Das hat mir schon so manchen Fluchtplan ruiniert. Kuwak heißt das Ertschaftchen hier also. In Wenzels Haus. Ah, hier wohnt Wenzel. Na gut, dann... Oh meine. Komm. Das ist Wenzels Haus. Der wird ganz schön Augen machen, wenn ich ihm von meinem Abenteuer erzähle. Er wird sich grün und blau ärgern, dass er nicht mitkommen wollte. Er wird sich schütteln und Heulkrämpfe bekommen. Warum bin ich nur nicht so cool und risikobereit wie du, Rufus? Ich würde auch gern so krasse Sachen erleben. Aber tief in seinem Innern weiß er längst, dass er nicht das Zeug dafür hat. Das wird ihn in eine tiefe Depression stürzen. Oh Mann. Ich hoffe, er ist zu Hause. Was er für Vorstellungen hat. Rufus, schon zurück? Das ging diesmal aber wirklich schnell. Sag nichts. Ich hatte es diesmal wirklich schon geschafft. Leider kam mir wieder einmal meine Menschenliebe dazwischen. Ach ja. Diese verfluchte Menschenliebe. Immer steht sie dir im Wege, nicht wahr? Du sagst es. Du kommst ja zu nichts mehr. Es gibt einfach zu viele Menschen. Man sollte sie alle... Im rostroten Meer versenken, genau. Diese verfluchte Menschenliebe. Apropos. Danke für deine Sachen. Was? Moment mal. Ist das etwa meine Kiste? Du hast gesagt, ich kann alles nehmen, wenn du es schaffst. Aber... Und du hast es geschafft. Das hast du doch eben sogar noch einmal bestätigt. Oder? Ja, ja schon. Na, dann ist doch alles paletti. Ja, das war es dann wohl mit deinem Haufen gut. Äh... Ja. Du blockierst die Warteschlange. Na und? Solange ich keine Wasserader gefunden habe, brauche ich da nicht aufzutauchen. Okay. Hast du die Kiste etwa aufbekommen? Ja. Man musste nur vorher die Kindersicherung lösen. Aber es war nur dieser komische Stock da drin. Äh, Stock? Das ist die Wünschelrute meines Vaters. Meinst du? Der Legende nach hat sie ihm immer Glück gebracht. Er hat damit die Wasserader gefunden, auf der Kuwak gegründet wurde. Puh. Wenn mein Vater immer so viel Glück gehabt hätte, warum hat er es dann nicht geschafft, mich mitzunehmen, als er Deponia verließ? Tja, da bin ich überfragt. So, dann kann er doch seine Wasserader finden damit. Vielleicht findest du ja Wasser mit der Wünschelrute. Und wo soll ich da suchen? Etwa in meinem Keller? Das halte ich doch für sehr unwahrscheinlich. Ja, warum eigentlich nicht? Aber... Hast du von der Frau aus Elysium gehört? Wer hat das nicht? Hast du etwa was damit zu tun? Hey, du kennst mich doch. Wo immer eine Frau in Not ist, bin ich bereits zur Stelle. Ja, da scheint es tatsächlich einen Zusammenhang zu geben. Na ja, ja. Ich war dabei, als die Frau vom Himmel fiel. Schon gut. Ich bin mir sicher, es war keine Absicht. Nein, du verstehst das falsch. Ich habe sie gerettet. Natürlich hast du das. Ja, ja, ja. Wir haben sie mit Müll begraben. Ich überlege gerade, ob wir vielleicht wirklich den falschen Hebel gezogen haben. Oder ob das überhaupt relevant war. Ich bin mir gar nicht sicher. Willst du gar nicht zum Rathaus? Und die Frau aus Elysium bei mir aufnehmen? Ich muss gestehen, ich habe mit dem Gedanken gespielt. Ich habe mir sogar schon eine Wartenummer geholt. Aber dann habe ich gedacht, was habe ich schon anzubieten? Nichts. Wenn ich reich wäre oder eine Wasserader finden würde, dann hätte ich vielleicht Chancen. Aber so... Gut, dann brauchen wir ja vielleicht seine Wartenummer. Vielleicht finden wir die hier, ja? Bis später. Genau. Bis später. So, Wenzel. Wünschlerrute. Nichts, da rufe ich. Die gehört jetzt mir. Aber das ist ein Familienerbstück. Na und? Geschenkt ist geschenkt. Oh, Junge. Ich kann es kaum erwarten, sie auszuprobieren. Vielleicht finde ich ja irgendwo dagegen deine Quelle. Und wenn ich dann reich bin? Teilen wir 50-50? Leie, ich sehe dir vielleicht mal für ein paar Stunden aus. Boah, ja, er kann genauso ein Abschluss sein wie Rufus Siem. Das hat er aber auch verdient. Das ist die Wünschelrute von meinem Dad. Sein Dad hätte ich mal gern kennengelernt. In den Keller, ins Badezimmer. Ich habe sonst nichts. Ins Badezimmer. Das Buch zugeschlagen, es bleibt noch zu sagen. Irgendjemand noch fragen? Na, dann eben mich. Doch wenn du dich allein fühlst und du an dir zweifelst, dann habe ich hier einen Vorschlag für dich. Greif zum Mundharmonika, sing von Deponia, von Rufus und Kohl und dem Leben im Dreck und vom Umstand, dass man wohl manchmal die Welt nur retten kann, wenn man loslässt. Und wenn es so ist, dann bin ich mal weg. Rufus sei, er ist dann mal weg. Rufus sei, er ist dann mal weg.